Nein! Warum? interrupt pré…. Wir kommen zurück... So nehmt einen Spezialwert den ja was klar. Außerdem könnt ihr einen Pokemon Purple einsetzten um echtes Stuhl zu überwinden. Und dies ist jetzt ein Geschenk von mir. Wenigstens bekomme ich die Idee. Ich bin jetzt wütend, und ich wette, sie lacht mich jetzt aus. Diese Termin hat jetzt Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Oh, yeah. So, ähm, ja. Ja, toll, toll, toll. Wir haben was Neues hier. Wohl, Temo? Bist du immer noch ein Temo? Äh, Nebuli? Ja. Welche Wurzelt haben wir eigentlich? Ich guck mal schon mal. Ja, Freitag stimmt schonmal, aber nicht 8 Uhr nachts. Also abends. Ich habe jetzt 12.45 Uhr. Ja, ich bin ein bisschen früh daheim, ja. Ich habe mir heute den Tag freigenommen. Wie? Ein längeres Wochenende. Äh, ja, Tor Gravital, ja. Kannst du mal wirklich mit Yoshi auswechseln? Na wohl, ne. Nein, nein, nein. Ja, das stimmt schon. Äh, Beutel? Was? Ah, Rote Haut. Gut. Ah, ja, Rote Haut. Oh, ja. Dafür ging es fast gut. Äh, Whirlpool. Ich könnte mich rechnen. Ich bin jetzt so ein Arsch. Wie sie... Aber ich... Wolli könnte mich rechnen? Für, für, für Dings? Für Walzer? Nee, so gemein bin ich nicht. Ich habe ein Herz, im Gegensatz zu dir. Eissturm. Jo, beibring. Und... ähm... Ich dachte, Gravi könnte Eissturm... Ach, leck mich am Arsch. Poki-Wiki, ihr lügt mich an. Warum? Warum tut ihr das? Ach, was soll denn Lind rufen mich an? Crystal, wir stehen die Dinge. Äh, ja, meine Dinge stehen mit Achtung an die Dinge an. So. Ich hoffe voran, weil letztlich merkwürdig es mit den Ra... Radiosendungen geschieht. Sie reden über Team Rocket. Crystal, weißt du das nicht so, wie war? Vielleicht fahrt Team Rocket ein Comeback. Nein, nein, das ist nicht wahr. Äh, sorry für die Belästigung. Pass auf dich auch. Tschüss. Klick, 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 klick. Ja, tschüss. Hallo, ho, 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 ho. Heil meine Pokémon Schwester Joy. Dün, dün, dün. So, ähm... Ja, was mach ich jetzt? Mhm. Dö, dö, dö. Wie, dass er wieder vorbeikommt? Ja, das mach ich vielleicht. Erstes Mal geh ich nach Rosalia. Ja, da gibt's etwas, was ich holen will. Ah, ich komm mit der Steuerhaft nicht. Klar. Atalea, Dukatia... Ja, genau. Rosalia ist da. Mhm. Ich bin doch ein kleiner Horst. Dün, 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 dün. Ah, nee, Moment. So. Uh, von Fahrrad? Ja, geht da. Gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-ig. Gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub-gub. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh... Ich werde mich nicht entwickeln, sonst bin ich tot. Oh, ich nehme mal der Joke nach vorne. Ja... Eigentlich wäre er der Tausch, aber lange hat er Stärke. Dankeschön, Svenja! Ich bin ein bißchen wütend deswegen. Ein bißchen! Beere erhalten, ja, toll, ne? Ich werde gleich mal Mittag spenden, so. Ich werde das für Mr. Pokémon. Weil dieser Mr. Pokémon hat ein geiles Item. Und zwar... H53? H-m, diese Haut, was ist das? Ein rotes Gartos?! Das ist zählt nicht! Ich muss es haben, Herr Crizzly-Match, für das Tausch für. Ich könnte den Epile, den er mir Professor aufgegeben hat anbeten. Wieso, er gibt ihn ja auch nicht mehr? it es stimmt Hm, ja, stimmt. Gut, wem geb' ich denn den Appetal her? Bei den Rot, Blau und Gelb war's noch ein bisschen Kloppenmeppetal, da hab' ich ihn nie mehr auf die Box gelegt, weil's noch scheiße war. Ähm... Hm... Ach, gib's mal Rainbow. Weil Rainbow... Ja, gut, Rainbow wird ja nicht offen noch eingesetzt, äh, gegen Team Rocket, aber... Hm... Wo will ich jetzt eigentlich noch hin? Ähm, Moment, ich glaub' ich will noch etwas machen, aber... Nee, ich geh sofort nach Ducatia. Da glaub's nachher was zu machen? Hm, Zeit Quest-mäßig. Duh, 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 duh... Äh, eigentlich ein Rocket-Typ? Pokémon! Wir sind nicht mehr als Werkzeuge zum Geld schaffen! Da Yoko, Blut! Verbrenne den Wichser! Das sind keine Werkzeuge, das sind Freunde! Der Haustiere, nur besser! Das ist also der Radioturm! Was willst du, Nervensäge? Hau ab! Guten Tag! Leider bitte ich mir heute keine Führung an! Okay. Dann... Hallo, Schüler! Ba-bam-bam! Endlich haben wir den Raditum besetzt! Nun wird jeder das Team Rocket Terror-Apparat kennenlernen! Wir zeigen euch, wie böse wir sind! Ach, jetzt sind schon Bad Boys, ne? Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! So, Rocketruppe will kämpfen, ja! Der Radical, ey, der Stärke-der werft mein Stärkes-die-Pokémon rein! 24! Nur... Stärke! Ich benutze hier halt... Na, und? Ein Diopaten... Oh, ein guter Angeswert! Geht so! Stärke! Ah! Äh, Stärke! Ich lag hier daneben! Ach komm, Ruckuckuckie! Du wirst in dem Ohna's Weichen ausweichen! Ihr... Fels... Dein Face... Dein Tod! Bam-bam-bam-bam-bam! In your face, dude! Und Level 31, wu-ho-ho-ho! Yeah! Du-du-du-dumm... Was? Flammenrad! Oh yeah, baby, yeah, 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 yeah... Ähm, jetzt bin ich ganz vorsichtig... Ja? Soll vergessen werden, äh... Ich seh' richtig gut weg! Warum nicht? Und! Da Yoko lernt Flammenrad! Rattika! Nee, du bleibst drin! Äh, ah! Ah! Ich weiß, was ich noch die ganze Zeit machen wollte! Und zwar Stärke nach oben nehmen, damit ich bei der ersten gelegene Attacke nicht sofort eine Attacke verlerne, die ich nicht will! Wie bei Iglu zum Beispiel! So, das Flammenrad! Und es trifft die Option Kiffen! Wie? So! Das ist aber auch eine geile Animation! Whams! Bam! Geile Animation! Aber super cooler! So, und! Toot! Volltreffer! Yeah! Da Yoko, du bist awesome! Bam! Bam! So stark wie wir es nicht im Auge behalten! Jo, müsst ihr! Obwohl, ich glaub ich nehm, äh, das Metapole den Epitaller wieder ab, äh, weil... Äh, Dingskirchen und so... Weil es wird ja sowieso noch eingesetzt! Hallo! Oh, wo war das heutige Passwort? Hilfe natürlich! Ah, so, okay! Okay, kriege ich was? Für mich auf! Geil! Du-dum-dum! Haha! Wie langweilig! Es war viel zu leicht, hier das Router zu übernehmen! Komm schon! Heiter mich auf! Okay! Ich battle dich im Grundenboden, kleiner! Bam! Frau gegen Frau! Das sieht echt aus wie Jessie! Uns benutzt! Ah boah! Fuck the shit! Ah, wak, ah wak! L-as, Ayoko! Ja, du Labor! Schaufler, los! Du-du-du-du Sans! Der ist 26, der Platz ist kein Anthony Rohr! Ha, Biss! Spezialangriff, wenn ich es nicht mehr spreng aber, es ist kaum Backus-Kammer, speziellangriff. Waaah, denn auch, KOMMON! Gibt Stacheln! Ah! Ha! Flammenroooot! Mensch, Schafler hat nur 10 AP? Äh... What? Kann echt sein, oder? 25? Ich weiß noch nicht, 10. Ich bin 15, ich hab keine Ahnung. Hab jetzt keine Ahnung, wie ich hier geschaut. Wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Wir sind Team Rocket, die Pokémon aus. Weiter, wir lieben das Böse. Du hast du Angst? Ähm, nö, wieso sollte ich? Bam, 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 bam. Ich hab meine Pokémons, ihr seid schwach und... Du hast 5,4. Wird denn alles Radfahrt... Ja, alles okay. Das wird dieser bekloppte Radfahrtstrainer, den man einfach ausweichen könnte, aber ich hab's nicht getan. Ja, tatsächlich nur 10 AP. Cool. Flammenrad. Los, Ayoko! Burn is down! BAM! Holzkole plus Step macht 120 Stärke mit einer 100%igen Trefferschosse. You got pound, Ratte. So, was kommt jetzt? Uh, eine Radfahrt. Habt ihr das gedacht? Ich glaube, es hat 4 Radfahrts und eine Radikale. Radfahrt! Uh, da war 21. Oh, Rukzuki, come on! Das ist lame, das ist geil. Flammenrad! Burn, in your face! Dun du do dumm... Dun du dumm... Dun du dumm. Los, Dayoko! Du... holst dich, also... fa- pizzu rfzuki! aumentar die Safari~! Weil es ist der Anführer. Yes! Yes! Radvratz, oh yeah! Du kannst nix Radvratz, du kannst nix! Flammenrot! Und tschüssi! Cooler 23! Er russert auf! Und jetzt kommt... Radvratz! Wer hätte das gedacht? Wie gesagt, der selten Radikal... Level 3, und zwar... Ach Gott, werden wir ein bisschen stärker? Flammenrot! Damn, in Fens! Und down! Komm, gib mir ein Level ab! Oh yes! Du glaubst, du bist ein Held? Jo, bin ich! So, Dayoko ist das Level für... Das ist jetzt der Stärkste hier! Jetzt kommt Raymo nach vorne! Dayoko muss noch 4 Level zum Turnup, du, dann kann es doch noch schlugleeren! Oh yeah! Hey, halt dich aus unserem Angelehrten raus! Warum sollte ich? Ich bin ein Kind, mir ist langweilig! Unterhalte mich! Dude! Ja, es ist... Zubat! Oh, da bin ich genau richtig mit Smetpop! Zubat! Wow, da bin ich 26! Nicht schlecht! Aber das ist besser! Moment! Stopp! Halt! 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 Äh... Du... Nein! 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 Warum?! 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 Warum Stachelspore?! Die Dacke war zumindest nützlich! Mann! Stachelspore ist in Manns Situation besser als Schlaf, Bruder! Was ist denn Gegner für langsam? Mann! Ich glaub's nicht! Mann! Das ist ja ein... Let's battle us and let's play together! Mann! Ich sagst so oft man! Mann, ich stehe mir jetzt viel zu hoch! Mhhh! Mann, Eclair, warum?! Was hab ich dir angetan?! Okay, ich hasse Pancake, aber das ist normal! Jeder hasse Pancake! Okay, nicht jeder, aber die meisten! Wer Pancake heißt, hasse Daumen hoch, wer ihn nicht mag, Daumen hoch, usw. 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 Uff, ich gebe einfach Daumen hoch! Nee! Oh, verdammt! Warum?! Warum hat sich mein Rainbow so verunstaltet?! Warum?! Was hab ich dir angetan?! Vor drei Jahren war das T-Rocke gezwungen, sich aufzulösen! Ingenrot! Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback! Warum er wäre nicht immer, dass er... dass es an Rot lag? Jeder weiß, dass es an Rot lag! Trainer Rot! Die Legende! Warte einmal mit drei Pokémon hier! Oh, er hat Psycho... äh, Psycho... Gift-Pokmon... WUAH! Ein schönes, verunschaltetes Smetpo! Warum?! Was hat sie dir angetan?! Ich meine, Smetpo kann sie nicht werden, es ist ein süßer Schmetterling! Und was macht sie?! Sie verlernt ihm einfach starre Spore! Ich glaub's nicht! Sie könnte heulen! Ich heule gerade! Her... Okay, warum kann dieses Vieh Herdner? Wie will Schleim hart werden?! Ich meine, bei Dreck... Okay, aber Schleim?! Ich will's nicht wissen... Oh, Slimer! Wer hätte das gedacht?! Ich wech's nochmal aus! Auf Teemo! BAM BAM! Weil Teemo sollte auf ein Level, damit es mal ein bisschen mehr Zuneigung bekommt! Ja, 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 ja... Los, Teemo! Ich weh! Janjawa! Weeeee! Schleimchen! BAM! Wow! Nein, nicht aussetzt! Du scheiß Schleim! Äh... Du kannst nicht anders als Rokzuki... Ich weiss nicht nur zum Frauk! Ndudududududududududududum! Schlammbad! Woah! Es ist schwarz! Das war jetzt rassistisch... Woah! Volltreffer! Keine Vergiftung! Rokzuki! BAM IN YOUR FACE! So... Und... satt! Und... Oh, ein Mork! Shit happens! Äh... Dayoko! Los! Weil... Slime-Ock und Slime-Ock haben gute Spezial-Verteidigung. Von daher, wenn es sich lieber eine physische Attacke machen würde, wenn es sich Schaufler... Los! Schaufler! Aber natürlich hat Slime-Ock auch eine gute Verteidigung, aber... Nein! Pfund! Oh, oh! Jetzt wird ein halbes Kittel noch in mir werfen... Oh, nein! Und ich muss den Partner-Spenden! Ah... Ja... Sehr effektiv! Gut, dann darf erklärt diesen Kampf-Benden! Leute! Nein! Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Crystal! Also übernichtsmal! Cheerio!